Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich bei uns bei Dömenz an unserer Destiller. Ich darf euch heute den Matthias Knorr vorstellen, Inhaber und Leiter der Barschule München und es ist mir eine besondere Ehre, dass er heute da ist, denn wir brennen heute unseren Rye Whisky als kleines Collaborative Destilling in Vorbereitung auf unseren gemeinsamen Destillatsamilier, der vom 7. Juni an zwei Wochen startet. Matthias, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch total, bin auch total gespannt auf die Teilnehmer und darf ja bei euch über meinen großen Pfebel Cognac noch berichten und hoffentlich in drei Jahren können wir dann auch unseren ersten Rye Whisky zusammen verkosten. Das wäre natürlich super. In diesem Sinne, wir sehen uns im Juni.